Istanbul. Stadt der Geheimnisse und uralter Geschichte. Paläste, wertvolle Kunstschätze und eine Vergangenheit, die heute noch lebendig ist. Doch dann ein Mord. Und Sie stecken mittendrin. Sie sind Journalist, beweisen Sie Ihre Unschuld und decken Sie eine unglaubliche Intrige auf. Erleben Sie historische Schauplätze, lernen Sie neue Freunde kennen und Ihre Gegenspieler. Wem können Sie vertrauen? Tauchen Sie ein in die Story Ihres Lebens oder um Ihr Leben. Byzantin. Tod in Istanbul. Das packende Adventure als CD-ROM-Album. Erleben Sie 40 Schauspieler in fotorealistischer Umgebung, 45 Minuten Video und 40 Stunden reine Spielspannung mit 360 Grad Bewegungsfreiheit. Führen Sie Gespräche, Verhöre und Verhandlungen komplett auf Deutsch. Lösen Sie das Rätsel, das Ihnen keine Minute Ruhe lässt. Byzantin. Tod in Istanbul. Ab Oktober für PCCD-ROM. Überall im Handel.